Eine etwas prekäre Situation, non? Ich hab schon Schlimmeres erlebt. Natürlich, natürlich. Aber dies ist eine bemerkenswert tiefe Grube. Und in dieser geschichtsträchtigen Gegend bedeutet das bestimmt, dass da unten antike Gegenstände rumliegen. Ich kann dich nicht überreden, mal kurz runter zu springen und nachzusehen. Sehen Sie, das ist genau mein Problem. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Sie viel qualifizierter sind, die Geheimnisse der Grube zu enträtseln. Es sei denn, Sie vergessen alles beim Aufschlag. Vielleicht würde es den Fall etwas bremsen, wenn Sie unnötigen Ballast abwerfen. Vielleicht den Stein, den Sie mit sich rumschleppen. Ich hatte mich schon gefragt, wann du auf dieses Thema kommst. Zieh mich rauf und der Stein gehört dir. Und dann leben wir alle glücklich bis ans Lebensende. Kann ich mir nicht vorstellen. Geben Sie mir Ihr Wort, dass Sie mich nicht anrühren, wenn ich Sie aus der Grube hole. Du hast mein Wort auf. Der Stein? Also wirklich, Miss Croft. Sie haben mir Ihr Wort gegeben. Nun kommen Sie schon, Lara. Lara, Sie haben mir versprochen. Puh. Ähm, würden Sie es vielleicht über das Erstbringen, mir rauszuhelfen? Ich scheine, Ihre abzurutschen. Das würde ich ja lieben gern, Pierre, aber das wäre gegen unsere Vereinbarung. Vereinbarung? Na, dich nicht anzurühren schon vergessen, Dummerle. Na egal, ich bin sowieso spät dran, ich muss weg. Aber ich... Lass dich nicht aufhalten von mir. Auf Wiedersehen. Oke.